Hallo, ich bin die Claudia und wir machen heute eine Stunde mit der Pilatesrolle. Kerstin und Antje machen mit und wir fangen ganz langsam an. Und aus und halte die Rolle. Verlager jetzt das Gewicht auf den linken Fuß und nimm das Knie nach oben. Das Becken bleibt gerade. Versuch auszubalancieren, nicht zu hoch, nicht zu tief. Geh einmal nach rechts und roll einmal zurück. Und wieder vor. Und roll dich ein bisschen hin und her über den Rücken. Halte die inneren Oberschenkel, den Beckenboden, den Bauch. Achte nochmal, dass dein Bauch sich nach innen zieht. Das Brustbein streckt sich nicht raus, aber der Rücken streckt sich lang. Und senk. Wenn du jetzt möchtest, heb die Beine in die Länge. Zieh dich lang, solange du kannst. Und geh wieder tief. Und dann geh wieder tief.